Wofür ich dankbar bin? Ich bin dankbar fürs Leben. Das Leben ist ein Geschenk. Das Leben ist kein Zufall. Das haben wir. Es ist ein Geschenk. Und die Zeit auf Erden ist dazu da, dass wir unseren Erkenntnis weggehen. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für die Menschen, die mich umgeben. Und da möchte ich jetzt ganz bewusst nicht nur den, sagen Familie, sondern wirklich für die Menschen, die mich umgeben. Und auch nicht nur Mitarbeiter, sondern die Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe. Dafür bin ich auch dankbar. Und ich bin dankbar, dass wenn ich zurückschaue, dass es mir gelungen ist und auch, dass ich immer Unterstützung bekommen habe, einigermaßen meinem Herzen zu folgen und diesen Weg nicht zu verkaufen, nicht zu verraten, diesen Weg einigermaßen zu gehen. Dafür bin ich auch dankbar.